Bei uns geht es heute ausnahmsweise mal nicht um Zinsanstiege oder Rückgänge, die Inflation oder Aktienkursschwankungen. Bei uns geht es heute um ein Thema, das uns bei unseren Vorträgen in unterschiedlichem Ausmaß, aber doch immer wieder sehr, sehr intensiv begleitet. Das ist das Thema China. Ich selber bin noch nie da gewesen und deswegen finde ich es auch immer sehr gefährlich, die Dinge doch zu kommentieren, vor allem wenn man das, und das ist so meine Erfahrung, meistens aus einer doch sehr deutschen oder zumindest europäischen westlichen Sicht, meistens auch einer sehr marktwirtschaftlichen Sicht herausmacht. Das sind dann oftmals so Kommentare wie, die werden ja nicht so dumm sein, Punkt, Punkt, Punkt. Und ob dann etwas dumm ist oder nicht, wie gesagt, das ist dann meistens einem sehr westlichen Werteverständnis zugeordnet. Wir wollen heute deswegen über China sprechen, weil Philipp da war. Es ist wahrscheinlich hilfreich, wenn man vor Ort war. Du warst wie oft jetzt inzwischen da? Das war das 18. Mal in den letzten 20 Jahren. Weißt du deswegen so genau, weil? Ja, man musste die letzten Visa-Nummern angeben beim Beantragen eines Visums. Und das ist natürlich ein bisschen komplex. Glücklicherweise bin ich ein Jäger und Sammler und hatte noch die ganzen alten Pässe zu Hause und konnte aus den Pässen dann die Visa-Nummern herauslesen. Und damit wusste ich auch, es waren 17, die ich insgesamt hatte. Zeigt aber auch, es war schwieriger, da hinzukommen als auf deinen letzten Reisen. Oh, das war so. Ich war insgesamt dreimal auf dem Konsulat. Und der Fragebogen, der auszufüllen war, der war durchaus tiefgehend. Man wollte wissen, was meine Eltern gemacht haben, welchen Dienstgrad ich bei der Bundeswehr hatte, was mein beruflicher Werdegang ist. Also man merkt schon die Visa-Verfahren und das ist offensichtlich umgekehrt ganz genauso. Die sind nicht wirklich besonders konsumentenfreundlich. Also Philipp war da und Philipp war nicht alleine da, sondern du hattest Unterstützung. Ja, ich habe Unterstützung vor Ort. Vielleicht ganz kurz, warum haben wir diese Reise gemacht? Wir haben ja in Shanghai seit vielen Jahren unsere Kollegin Shenwei Li sitzen. Und wir hatten eine große Kundenveranstaltung auf Schloss Bensberg, wo wir ein Interview zu dem Thema führen wollten. Das Problem war nur, wir wussten nicht, ob Shenwei wirklich ein Visum bekommt. Und als klar war, das ist eine ziemliche Zitterpartie, haben wir dann einfach gesagt, okay, wir drehen die Sache um. Ich fahre zu Shenwei, ich führe dort das Interview vor Ort. Und wenn wir gemeinsam schon mal vor Ort sind, dann nutzen wir die sieben Tage, die wir geplant hatten als Aufenthalt, um uns so ein bisschen reinzugraben in dem Bereich des Immobilienmarktes und in dem Bereich des Automobilbaus, autonomes Fahren, die Beschäftigung mit den Sorgen und Nöten und den Freunden, die die Chinesen heute haben. Wie funktioniert das Zahlen? Dort spricht man noch so gut Englisch wie vor ein paar Jahren. Und wir haben insgesamt mehr als drei Stunden Videomaterial mitgebracht. Unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Studioteam haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil die Formate dann auch nicht so 100 Prozent kompatibel waren zu dem, was sie gewohnt gewesen sind. Aber ein Teil dieses Videomaterials, das haben wir mit unseren Kunden in Bensberg geteilt und jetzt einen noch größeren Teil, auf diese Art und Weise ein bisschen von uns beiden kommentiert, jetzt auch im Netz. Das war die Idee. Die Kundenveranstaltung ist also längst Geschichte. Aber wir haben gesagt, es wäre schade, wenn wir das Material nicht einsetzen würden, weil wir auch glauben, dass es sicher Interesse gibt, das anzuschauen. Wir werden das in kleinen Schnipseln machen, 10, 15 Minuten immer wieder einzelne Themen uns rauspicken. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie da rein. Mit was fangen wir heute an? Heute fangen wir an mit dem ersten Teil des Interviews und dem autonomen Fahren in Anting. Das ist eine Stadt in der Nähe von Shanghai, bekannt zumindest auch für all diejenigen, die sich mit Automobilbau und Formel 1 auseinandersetzen. Und das ist sehr spannend. Ich habe anschließend, als ich wieder zurückgekommen bin, Anting und autonomes Fahren gegoogelt. Da kam nicht viel. Offensichtlich sind wir also schon bei den Ersten, die dieses Abenteuer live miterlebt haben. Eine Anmerkung noch, ich habe das Videomaterial noch gar nicht gesehen. Ich habe auch bei der Kundenveranstaltung, die du ansprichst, eine andere Rolle gehabt, selbst da nichts gesehen. Insofern nehme ich ganz authentisch die Rolle des Fragestellers ein. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen auch die Fragen aufgreife, die Ihnen vielleicht beim Zuschauen kommen. Also ich habe nichts gesehen. Und wenn wir immer mal wieder stoppen und ich sage zurückspulen, dann ist das, weil ich an der Stelle denke, oh, das ist jetzt vielleicht etwas, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Ja, ich bin gespannt, was nicht selbsterklärend ist. Vielleicht hilft Ihnen unser kleiner Beitrag ein bisschen dabei, Ihre Position zu China durchaus so ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Das war auch die Idee. Und ich würde sagen, jetzt drücke ich einfach mal auf den Startknopf. Hallo zusammen, heute einmal nicht aus unserem schönen Studio in Köln und nicht mit Bert Flossbach oder Thomas Lehr, sondern aus Shanghai und mit unserer China-Analystin Shenwei Li. Hallo Shenwei, schön, dass du Zeit hast. Danke. Wir sitzen hier vor einer wunderbaren Kulisse. Die Türme, der Bund, der Floss. Was fällt dir als Schanghaierin dazu ein? Endlich frei. Endlich frei. Endlich frei, also nachdem, was man in den letzten drei Jahren erlebt hat. Ich meine, das gab es so einmal zeitlang, dass man sich Gedanken machen muss oder Sorgen haben, dass es irgendwann ein Anruf von der Nachverfolgung kommen könnte. Wenn man zum Beispiel am Wochenende einmal hausgegangen ist. Ich meine, zum Glück ist solche Zeit schon vorbei. Das war für uns immer spannend. Du hast uns ja einmal in der Woche kurze E-Mails geschrieben. In China ist ein Sack Reis umgefallen. Das ist immer der Übertitel, was passiert ist. Und für uns kamst du so ein bisschen als die Mutter Theresia rüber. Du hast organisiert in eurem Viertel. Wo hat es wirklich gemangelt? Also, ich glaube, das liegt einfach daran, dass Shanghai ist eine Millionstadt. Das heißt, selbst wenn die Community oder wenn diese Wohn-Community, selbst wenn die kompetent genug ist, aber die können das wirklich nicht schaffen, dass alle Leute in dieser Region wirklich darum kümmern. Das war das Problem. Und ich glaube, auch davon war man enttäuscht, dass man vor allem in der zwei Monate Lockdown-Zeit in Shanghai kein genügend Essen bekommt. Ich meine, das erste Mal, seit ich mich erinnere, ich muss mit meinem Essen planen. Ja, das ist ja schon etwas, was wir in Europa auch hatten, unter dem Stichwort Lieferkettenproblem, aber in ganz anderen Dimensionen. Was sind deine Schlussfolgerungen daraus? Hast du in deinem Leben etwas umgestellt angesichts der Situation? Ich kann nur sagen, für mich war das eher so neutral. Ich meine, ich bin nicht so traumatisiert nach der Lockdown-Zeit. Da bin ich nicht. Aber ich sehe natürlich auch keine reine positiven Aspekte drin, sondern man merkt, dass durch diese ganze Geschichte, wie unschädlich die Leute sein könnten, das selbst innerhalb meiner Familie. Ich meine, meine Mutter ist immer so überbesorgt. Ja, das muss alles vorsichtig sein. Und mein Vater meint immer, ja, ich würde einfach leben. Ja, Punkt. Wenn ich positiv bin, dann bin ich positiv. Ja, aber so ist das ja bei uns in Deutschland auch gewesen. Also die Corona-Maßnahmen sind auch nicht von allen in einer Art und Weise interpretiert worden. Warum soll das in China anders sein? Wir zwei kennen uns ja schon sehr lange, seit 2009. Ich habe ein altes Bild rausgekramt, das man vielleicht jetzt kurz mal einblenden kann. Da sind wir beide noch jünger. Da ist mein Sohn drauf, eine Dame, die wir ausgeblendet haben, die uns damals aus einem industriellen Grund zusammengeführt hat. Du wolltest damals noch Dolmetscherin werden. Hast dann in Bayreuth studiert und bist dann zu Flossbach von Storch gekommen. In diesen fast 15 Jahren, was hat sich in deiner Wahrnehmung in China verändert? Also 2009 war das zweite Jahr von meinem Aufenthalt in Deutschland. Und das war auch das zweite Jahr von der Finanzkrise, wenn ich mich richtig erinnere. Aber als Student, vor allem im Ausland, Studierende, ich meine, da bekommt man eigentlich nicht so viel mit. Das Leben geht einfach so. Aber mein Gefühl ist auch, dass eigentlich seitdem beginnt China wirklich richtig zu laufen. Oder ich meine, nicht nur laufen, sondern vielleicht so kennen, im Vergleich zu was in Europa oder was man in den Entwicklungsländern dann gewöhnt ist. Und ich nehme sehr gerne meine zwei Besuche in Hongkong am liebsten als Beispiel. 2007 war das erste Mal da. Da war ich so positiv beeindruckt. Ja, mit Polenstadt, alles toll, habe ich unglaublich viele Dinge gekauft. Aber zehn Jahre später, da war mein zweiter Besuch in Hongkong. Ich meine, warum bin ich da? Also ich bin wirklich froh, dass ich dann nach fünf Tagen wieder in Shanghai bin. Ja. Ja, ich meine, dass diese Endung, dieser, wie wird das gleiche Start von mir so wahrgenommen, ist einfach anders. Und ich muss sagen, das Vergleichbare hatte ich auch in Deutschland erlebt. Ich erzähle meinen Kollegen in der Emerging-Marketing immer, ich fühle mich manchmal in Deutschland wie in einem Entwicklungsland. Ja, das tun wir in Deutschland inzwischen auch immer öfter, wenn wir an die Infrastruktur denken. Speziell die Deutsche Bahn ist da natürlich nicht vergleichbar mit den Bullet Trains, die man hier in China benutzen kann. Aber Deutschland und China, das war ja über viele Jahrzehnte ein sehr erfolgreiches Gespann als Absatzmarkt, als Produktionsstandort. Wie entwickelt sich das weiter? Nehmen die Chinesen und Chinesinnen heute Deutschland immer noch als Deguo, also das Land der Tugend war, der Dichter und Denker von Goethe bis Siemens oder hat sich die Einstellung Deutschlands gegenüber und den Produkten und vielleicht auch der Wettbewerbssituation nachhaltig verändert? Also sagt man es so, in den zwei Jahren, seit Corona, aber 2021, ja, das, ich glaube, da haben viele traditionelle Entwickländer ihre Kompetenzvermutung verloren, weil China oder die chinesische Regierung war offensichtlich in der Lage, die Corona zumindest am Anfang besser zu kontrollieren, ja. Ja, aber dann kamen 2022 und dann kommen die Lockdowns und vor allem die Lockdown in Shanghai, ja. Da muss ich sagen, dass diese Kompetenzvermutung ist, zum Teil wieder zurück, beziehungsweise, dass, okay, das alles läuft in den Ausland vielleicht doch besser, aber selbst dann, ich glaube nicht, dass wir können von einer 100 Prozent Rückkehr reden, weil was weg ist, das ist wirklich weg. Und Deutschland ist, sag mal, dass die Deutschen Chinesen nicht wirklich sympathisch finden, ist nichts Neues. Ich meine, es ist uns auch nicht so wichtig, ja. Ja, und momentan hat es natürlich auch in andere Richtungen bewegt und aber, und Chinesen hatten eigentlich auch immer einen sehr guten Eindruck von Deutschland. Also das Land steht für Qualität, Pünktlichkeit und auch vom Pragmatismus, glaube ich, ja. Ja, aber spätestens, würde ich sagen, seit die arme Regierung an die Macht kam, dann wird die, dann wird die Stimmung irgendwie anders, weil vorher, meine Erfahrung war, dass man, ich lege zum Beispiel so, oder ich werde von solchen Artikeln in der FAZ weitergeleitet, jemand schreibt, was so Quatsch über China, ja. Aber es ist kein Problem, weil das kommt bei mir an. Aber seit der, seit die Regierung an sich nicht mehr so China-freundlich ist, dann kommen solche Nachrichten schon in der Masse, auf der Masse hier an. Deswegen, dass die chinesische, deutsche Beziehung, da hat sich wesentlich verschlechtert. Wenn ich mich zurückerinnere, ich bin jetzt seit fast 25 Jahren regelmäßig in China, die ersten Jahre, Jahrzehnte waren auch geprägt von deutschen Unternehmen. Also wenn ich auf die Straße geschaut habe, da gab es den VW Santana, da gab es den alten Audi 100, da sind noch ein paar Citroëns und ein paar Buicks umhergefahren, aber allein die Taxi-Flotte war ausschließlich in deutscher Hand. Wenn ich heute die Taxis anschaue, mal abgesehen, dass ich sie nicht mehr bestellen kann, also auch für mich hat sich China massiv geändert, weil ich nicht mehr an die Straße gehen kann und winken, sondern mit der Didi-App, die dann doch etwas komplexer ist, umgehen muss. Wenn ich heute die Taxis anschaue, das sind alles Rewi-Autos, zumindest hier in Shanghai. Hast du das Gefühl, auch auf der Produkte-Palette hat sich das Verhältnis Deutschland-China so verschoben, dass es eher ein Konflikt als eine Symbiose nach vorne werden könnte? Ja, also ich würde sagen, dass aus meiner Sicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass genau Elektroautos aus China werden, dass Projekte, die so böse aufwachen, im Westen erzeugen werden. Und ich finde das eigentlich sehr ironisch, weil genau wir müssen eigentlich eine sehr gesunde Beziehung mit Deutschland pflegen. Und genau so sind wir jetzt aus meiner Sicht so sehr stark in der Automobilindustrie. Das haben wir uns auch angeschaut in den letzten Tagen. Und vielleicht können wir jetzt mal zwei Berichte einblenden. Einen vom autonomen Fahren. Wir waren in Anting und haben uns das nicht nur angeschaut, sondern wir sind auch fast eine halbe Stunde lang gefahren. Und dann sind wir eingestiegen in den sogenannten Oberklassen-SUV-Killer. Das ist ein Fahrzeug vom Hersteller Lee Auto, den L9. Den gibt es wahrscheinlich auch in den nächsten zwei bis drei Jahren in Deutschland noch nicht zu kaufen. Aber Preis-Leistung und vor allen Dingen auch das clevere Antriebskonzept, das ist mal ein Blick wert. Thomas, bevor wir aber jetzt zu der Elektromobilität und zum autonomen Fahren kommen, noch zwei, drei Worte, wie wir überhaupt in China gearbeitet haben. Wir haben selbstverständlich nicht eine Filmcrew von Deutschland mitgebracht. Das wäre viel zu teuer gewesen. Wir haben das vor Ort gemietet. Das waren drei, die für das Film zuständig waren, plus ein Fahrer und sein Van. Das Gesamtpaket jeden Tag 300 Euro. Also da kriegt man durchaus noch Value for Money. Das waren junge Leute zwischen 25 und 27 Jahre alt, klassische Digital Natives, sehr motiviert. Die haben auch wirklich immer Freude ausgestrahlt. Englisch konnten sie keins. Zwei Worte, bye bye und thank you. Was im Übrigen zunimmt, wie da ein Problem in China ist, spricht eigentlich keiner mehr Englisch. Und wir haben natürlich auch immer so ein bisschen überlegt, laufen wir in Gefahr, dass uns jemand beim Filmen einschränkt. Das ist nie der Fall gewesen. Es kamen sehr oft speziell ältere Damen, die gefragt haben, was macht ihr hier? Da haben wir eine Geschichte erzählt und dann hat man uns in Ruhe weiterarbeiten lassen. Vielleicht noch eine Frage. Was mir aufgefallen ist, man merkt, der Xinwei an das deutsch-chinesische Verhältnis hat einen Schlag bekommen. Und damit meine ich nicht, dass auf politischer Ebene, sondern auch ihre Wahrnehmung ist doch, und das sagt sie ja eigentlich auch, ihr mögt uns nicht, oder? Ja, das hat wirklich einen Schlag bekommen. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Beschreibung. Dieser Schlag ist umso drastischer, weil natürlich in den letzten Jahrzehnten der Nationalstolz der Chinesen wieder zurückgekommen ist. Chinesen sind per se ein sehr stolzes Volk, aber nach den schwierigen Jahren des Mao-Regimes hat es doch am Boden gelegen. Und erst Deng Xiaoping hat diesen chinesischen Motor wirklich wieder angeworfen. Jetzt spielt auch Xi Jinping ganz bewusst diese Karte des Stolzes, des Nationalismus. Aber damit wird man natürlich feinfühliger, was Kommentare aus dem Ausland angeht. Und Chen Wei sagt das in ihrer brutalen Art und Weise. Also Chen Wei ist immer undiplomatisch. Sie hat ja viele Jahre hier auch in Köln bei uns gearbeitet. Die Kollegen und Kolleginnen wussten immer, woran sie waren bei Chen Wei. Die hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. Und deswegen ist sie ja für uns auch so wertvoll. Aber sie hat das ganz klar und deutlich signalisiert, wir haben hier ein Problem. Und das ist etwas, was auch in der Bevölkerung zu spüren ist. Was haben wir euch getan? Das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Warum behandelt ihr uns im Westen inzwischen wie Paria? Und sie geben eigentlich auch die Antwort selbst, weil ihr Angst habt vor uns. Und das ist sicher auch darin begründet, dass die Chinesen das Gefühl haben, sie sind jetzt aus der Phase des Aufholens in die Phase des Überholens gewechselt. Kann man also sagen, Kritik von außen an der Regierung, am System wird vom Chinesen, von der Chinesin auch als Kritik aufgenommen an sich selbst oder beziehungsweise schadet zumindest dem Brand Deutschland zum Beispiel, also der Marke? Würde ich sagen, ja. Weil natürlich Kritik an der kommunistischen Partei, Kritik an der Regierung auch aufgefasst wird als Kritik an der Erfolgsgeschichte, von der die Chinesen in der Breite alle profitiert haben. Die einigen etwas mehr, die anderen etwas weniger. Aber damit ist Kritik an unserem System auch Kritik an mir. Wir sehen jetzt, beziehungsweise nicht jetzt, sondern beim nächsten Mal dann etwas zum Thema autonomem Fahren, autonomem Taxifahren. Ja, autonomem Taxifahren in Anting. Und wir werden uns auch reinsetzen in eines dieser neuen chinesischen E-Autos, damit unsere Zuseherinnen und Zuseher auch das Gefühl bekommen, wie weit die inzwischen auch sind, was die Qualität angeht. Weil das Bild chinesischer Produkte ist in vielen Bereichen immer noch minderwertig, was Qualität anbetrifft. Aber ich glaube, dieser Trend hat sich massiv geändert. Chinesen sind sehr, sehr anspruchsvolle Konsumenten. Und dadurch, dass viele dieser Produkte, die bei uns in Europa überhaupt noch nicht auf dem Markt sind, inzwischen durch diesen sehr kritischen Markt durchlaufen müssen, bevor die Volumina erreicht sind, dass man überhaupt exportieren kann, sind die Produkte sehr, sehr reif. Und das wird viele bestimmt überraschen, mit welcher Qualität, mit welcher Finesse, mit welcher Raffinesse so das eine oder andere speziell Automobil aus China hier in Europa einschlagen wird. Dann freuen wir uns auf den zweiten Teil. Und vielleicht noch einen kleinen Teaser für die nächsten Teile. Wir wollen ja nicht in erster Linie eine China-Doku machen. Also der Bezug zu den Themen, die uns ja dann in Sachen Geldanlage wieder umtreiben, der wird dann auch in den nächsten Teilen wahrscheinlich noch ein bisschen offensichtlich. Ja, wir sprechen all die Problemfelder an, die man in den deutschen Medien lesen kann, von der Jugendarbeitslosigkeit, dem Immobilienmarkt, dem Potenzial des chinesischen Aktienmarktes oder eben auch nicht. Es wird auch relevant für den Investor. Dann freuen wir uns und schauen dann gleich mal auf den zweiten Teil. Dann freuen wir uns und schauen mal auf den nächsten Teil.